Hey der Riese, Michi, Sie bist der Marc, der bemerkt. Wir spielen wieder mal FIFA 17, das verdammte Schutzspiel mit den Young Boys mit IB, BS 7, momentan auf Platz 2 in dieser Saison hier, wo ich spiele. Ja und irgendwie, ich weiss auch nicht, ehrlich gesagt, es ist ja besser. Bei mir, wenn ihr aktuell schaut, das Team fast so, wie in echt, ausser, dass, äh, das Ding ist auch verletzt bei mir, das ist ja wirklich so, ja. Gernt verletzt, realistisch sogar. Ja dann natürlich noch so ein paar Abaschen, wie der Depanna, den habe ich mir gekauft, den habe ich mir für nichts gekauft, der ist nämlich scheisse, den verkauf ich dann wieder. Dann habe ich gefunden, komm, du kaufst mal einfach, aber unser Team sieht nicht schlecht aus, außer der Freie, aber der kann in der Realität momentan auch nicht wirklich viel bei IB, weil der Einzige, der ein wenig Goal schiesst, ist Duaro, und sonst niemand, der kann also nicht nur singen, der kann auch Goal schiessen. Wir spielen gegen FC Lugano, also wenn wir die nicht mögen, dann kommen wir gleich in die Challenge League, zum FC Zürich. So, schlechter Witz gegen Zürcher, nein, wir haben ja da sicher ganz viele Zürcher dazu, ich liebe nicht Zürcher. Aber gut, wenn das ein Berner sagt, jetzt kommt die Hunde unten, ja, das ist jetzt gleich. Über den Fall spielen wir hier gegen Luganesi, im Hockey, sie sind einigermaßen gut, wir shooten, naja, etwa so gut wie ich in diesem Spiel. Also nicht viel, es geht nicht um viel, nur da, im Europark, wer kennt ihn nicht, den Europark zu Lugano, nur da, ja, die weltbekannten Spieler, der Hugo, der Sepp und der Franzi, hm, Mvugo, Mvugo. So, ja, wir haben hier ihre guten Spieler, Moderatoren, Kommentatoren sind und ich auch voll motivierte, während ich das Traumspiel erlebe. Letztes Match habe ich nicht gewonnen, weil ich scheisse bei diesem Spiel. Ja, schau, das fährt schon sehr gut an. Oh, schau, der passt, ja, und da kommt er, wer ist das? Sanago, oh, der hat verkackt, weil ich vornamen geschaut habe, weil ich intellektuell rüberkommen will, das gelingt mir nicht, aber es ist gleich frei, Michi, und Michi, wie hekla, so nachgehen, er ist ein richtiger Träumler da, hm, schau, schau, und da kommt er, und, 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 uh, 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 und da, wie eine Freude hat, der Salvi, der weltbekannte Salvi, der hat in der Weltmeisterschaft 98 in Frankreich, 20 auf Meter gehalten, ja, ist eigentlich ein Brasilianer, liebt den Moment, geniesst ihn, und hier, was mache ich hier, da kommt er, und, einfach ein Kackes, aber es ist egal, und da kommt er, der Pass, uh, ja, ist auch da schwierig, der gelb und schwarz, das kann man natürlich nicht auseinanderhalten, aber jetzt kommt es zusammen, ui, schau, Dribbling, 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 und jetzt kommt die Flanke, schau, 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 ja, hat er müssen fausten, da kommt er immer noch heiss, der Ball, immer noch heiss, ja, schau, und, ja, schau, wie soll der Sonago den Autoren anfangen, schau, ja, oh, ja, oh, ja, oh, jetzt kommt er, oh, jetzt kommt er, aber schau, da, vorbergen, nein, es ist nicht vorbergen, wo ist vorbergen, da ist vorbergen, Steve, komm, oh, Steve, verkackt's, aber jetzt kommt er da, ein Vogel, der, wo der Ersatz ist, oder für ein Wölfchen, weil der Wölfchen nur noch auf der Bank hockt, wo ist eigentlich Wölfchen, was macht er in der Realität, ja, wahrscheinlich spielt er auch bei Nintendo DS auf dem, auf dem Bänkli und kassiert einfach noch Stutz, hey, ich mach dich so gescheit, das ist echt das Geilste, den kannst du machen, oder, 100 Jahre bei IBM, und dann rockst du einfach noch auf der Bank und kassierst Lohn, äh, wenn du das schaust, lieber Wölfchen, schreib unter dran in die Comments, was machst du eigentlich, ich weiss es nicht, ich sehe dich immer nur auf der Bank, und wenn ich mal für meine Firma ins Stadion komme, kann Interviews machen, habe ja, ich sehe, die haben einfach immer ein wenig Mühe dort, ein wenig Pesseln, ja, nicht mein Wunder, ja, ist es gut, du kommentierst da, so, jetzt da, Hochkarätig hier, Michi frei, ja, etwa so totpatschig wie Realität, nein, Michi habe ich gerne, ich will ihn hier flamen, ich könnte es ja nicht besser, gell, ich könnte es ja nicht, aber wir erwarten halt manchmal schon ein wenig mehr, und wenn du es nicht leistest, dann, ja, nein, du musst es so machen, ja, jetzt halt doch die Story, du blöder Kommentator, hast du keine Ahnung von nichts, so, oh, oh, traumhaft, der Einwurf, ne, ein Stück bis 7, ja, ja, und da, und da, hochkarätig, hochkarätig, wo ist sie da, Benito, Benito ist Benito, ja, Cifo Berge wird letztens noch ein wenig kritisiert, von den Fans, ich habe nichts mehr, bla bla bla, ich finde ihn eigentlich super, der ist einfach ein sympathischer Typ, der kann, das ist mir egal, ob der gut oder schlecht spielt, der ist einfach sympathisch, mit seinem kleinen Akzent und so, das ist, das ist eben etwas, wie du siehst, Sanago, Sanago, sorry, dem habe ich nie etwas zu tun gehabt, oh, jetzt, oh, wieder die Posten, das ist einfach, Sanago, so, michi frei ist da, oh, was macht er da, oh, ein bisschen tänzeln, so, ein bisschen tänzeln, Suleimani, der sieht genau gleich aus wie Realität, das ist ja, das ist ein Träumchen, wie er seit Rentnern geworden ist, kann man schon sagen, macht er das noch einen guten Einwurf, finde ich, nein, er geniesst es, so, hoppa, komm da, komm da, komm, ja, jetzt, oh, Steve, komm, Steve, aber nein, jetzt habe ich�end, was ist ja in Farben blingend, Oh, jetzt heckelt er, er will noch, er will noch einen Moment geniessen, Zu dem scheissegal, was das Team, oh, 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 ja, so, das Eastman, oh, jetzt, hey, jetzt heckelt er er nicht nach und dann, weil er Schiss hat Ja, aber, da kommt mir, Suleimani, guck da, Sule, ja, nein, da kommt er und Aber das ist immer noch heiss, der Ball ist noch heiss. Michi wieder. Michi komm, gib ihn, gib ihn, gib ihm jemanden, der noch rein bricht. Michi komm, oh, 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 da ist er gedribbelt worden. Und jetzt ist die Halbzeit. No, no, ja, wir sind alle gespannt. Ich glaube, den Waro muss ich jetzt zaubern. Wo ist er? Da ist Waro. Der ist noch fit, der Mann. Da bin ich sechs. Ein Träumchen. Ah, jetzt hat er wieder Kalsch dribbelt da. Komm da, komm. Komm da. Komm da. Jetzt gib doch den verdammten Scheissball. Ja, immer das Schiessen. Das ist wie Realität. So komm, Steve. So, jetzt und der da. Kubo, komm. Kubo, komm. Einfach durchdribbeln. Komm, Kubo. Jetzt, Kubo. Du bist doch ein Riesenbreiter. Ja, Waro. Komm, Waro. Waro ist 99. Die Legende lebt. Aber auch er kann es nicht. Hey, das ist schon schwierig mit dem, weisst du, Gelb und Schwarz. Und, ah. Schau, komm, jetzt gib doch. Schau, Waro. Wo ist der Ball hergekommen? Gibt das eine Ecke? Ja, alles immerhin. Komm da. Träumchen, Träumchen. Ja, super. Komm, Köpfle. Uuuuh, aber genau zum Goal. Es muss doch ein Go geben, Opft. Das kann doch nicht sein. Mit Drücken und Drücken. Es geht einfach nicht. Es läuft hier falsch. Jetzt, ja, komm, komm, Steve. Komm. Du hast keine Haare mehr auf dem Gesicht. Aber du kannst es. Blow-Buddy. Oh, du, da. Ja, ja, ja. Das ist wichtig. Es ist mir doch egal, wer da transferiert. Ah, weh. Schau, ich weiss sogar den Namen. Es heisst immer, der Spieler ist gut am FIFA. Wenn der Name weiss, dann ist er dabei. Jetzt, Kopf, verdammt. Jetzt nehmen wir doch den blöden Bauch nicht weg. Ist doch ein riesengroßes Wichel, du. Und fahr ab. Ja, das ist mir scheisse. Ja, das ist mir scheisse. Meno, wir sind noch nicht die 4. Stunde ankommen. Wir sind noch dabei. Uuuuh, der Scheisse. Uuuuh, der Scheisse. Ja, der ist nichts. Zum Glück können die Luganesi halt einfach überhaupt gar nichts. Da habe ich noch irgendjemand Gutes, wo ich da könnte... Was ist das? Oh, nein. Der Scheisse. Ist doch nicht irgendjemand so. Das ist ja voll scheisse. Na, na. Aber halt der. Das ist sicher nicht gut. Das ist ja nichts Gutes. Ich könnte ja den Wölfli noch stunden. Wenn er... Ja, wir sind schon ein wenig schwach besetzt. Also wenn jemand krank ist, die Grippe hat... Wo ist schon der Junior dran? Komm da. Ja, schön, schön. Komm da. David, du alte Hure. Kachbreide. Komm, komm, komm. Das ist gut. Gib Michi. Jetzt ist Michi. Oh, jetzt komm. Ja, wo ist der Michi? Wo ist der Hure Michi? Ja, komm, jetzt gib ihm ab. Ja, was ist das? Ja, Ra... Ja, halt doch die Schnur, blöde Kommentar. Keine Ahnung. Komm, komm, komm. Jetzt greif an. Jetzt, jetzt träumt er. Nein, ich träume durch. Warum? Komm. 7-4 Stunden. Jetzt geht's ihnen los. Jetzt komm, Gopferdam. Jetzt geh noch viel. Hey, Drei Kotze. Jetzt ab diesen Hure Habaschen. Komm. Jetzt Gopferdam. Ja, schau da. Frei, jetzt hast du deine Chance. Du riesig. Ja, aber jetzt läuft der Gienaal in den Sieg hinein. Hä, der kann's auch nicht. Jetzt kann ich aber leiden. Ja, der ist mir scheisse. Komm jetzt. Ja, du zu. Uh. Uh, brutal. Uh, brutal. Geh schlafen, du Sollgolf. Was bist du für eine Kackbreide? Ja, gib ihm Rot. Dann... Ich soll schlafen. Rot. Was? Du musst jetzt nicht diskutieren. Jetzt gib ihm Rot. Rot. Du bist ja... Ja, Gop. Du bist doch ein Pfeifen, Mann. Ein riesen Pfeifen bist. Jetzt kommt das Goal. Schau, Kille. Jetzt kommt es. Jetzt kommt es. Uh. Okay. Ja. 10 Meter runter. Jetzt kommt es. Hey, noch Zeit. 10 Minuten. Vielleicht mehr als 10 Minuten. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Hinterher spielen. Typische Einbekrankung. Gott, verdammt. So, jetzt komm, komm, komm. Schiss gering. Jetzt kämpfen wir uns hier einfach alleine. Allein ist mir scheiss egal. Mitte durch. Jetzt renn du Soll. Renn, 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 renn. Renn, renn, renn. Jetzt komm. Jetzt komm. Du blöwe wichser. Jetzt komm, jetzt gib, jetzt. Jetzt will ich noch ein Goal sehen. Jetzt kann noch nicht wahr sein, ob das damit. Gegen die Luganesi, Mann. Ja, ja. Oh nein, nein. Jetzt kommt hier noch der. Schau. Führer, 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 komm. Führer. Jetzt gespült du ab, du Sollhung. Komm, jetzt gib, gib, gib ab. Jetzt komm wir an, wenn du verdammt. Komm jetzt, häcklen, häcklen, häcklen. Lauf doch nicht in die Hände, du verdammte. Verdammte, verdammte. Sollhoff. Gott, verfickte Scheisse, Mann. So, hopp. Jetzt, was macht er? Was macht er? Es gibt wieder ein No-No. Ich kotze. Ich kotze. Schiss gering. Ah, fuck, Mann. Schon wieder ein No-No. Ah. Scheiss. Ah, komm. Verdammt IP, Mann. Ich kann es einfach nicht. Es ist echt ein Team, Mann. Es ist etwas so gut wie ich in diesem Spiel, Mann. Fuck, Mann. Und jetzt sieht die humanity aus. Oh mein Gott. Ich warte mal wieder mit dem Seele.